Drei, vier, fünf oder sogar achtstöckig, meterhoch, voller Zuckerguss und süßige, kitschige Fondant-Blumen. Das war einmal. Hochzeitstorten können auch so aussehen. Brautpaare wollen jetzt den Naked Cake oder den Tropfenden, den Trip Cake. Ja, so Naked Cakes sind halt die Torten, die überhaupt keine Hülle mehr haben. Das heißt, das ist einfach die Torte mit der Füllung, mit Früchten, mit Blumen, so wie sie aus dem Ofen kommt und gefüllt ist. Trip Cakes wäre dann die Version, dass es einfach eine hauchdünne Cremehülle hat und anstatt irgendwelchen Zuckergussverzierungen die Schokotropfen, wie jetzt bei der Torte, über die Torte runterlaufen. Meine eigene Hochzeitstorte, die war eher, so wie es halt traditionell sein soll, ich bin ja schon eine Nacht verheiratet, eher halt trocken, süß, mit Zuckerguss. Und ich hab mir damals gedacht, das kann nicht sein, dass das alles ist, was es gibt und was man machen kann. Und hab dann mit ganz vielen Leidenschaften mit herangesetzt und versucht, jede Geschmacksrichtung, ob das jetzt was mit Himbeer, mit Banane, jede Konsistenz in Hochzeitstorten reinzupacken. Für die Gäste nur das Beste. Nur wer bekommt aller ein Stück vom Kuchen? Also wir rechnen die gesamte Torte oder den Sweet Table nach Portionen. Wenn ich 100 Gäste hab, dann ist man meistens so knapp unter der Gästezahl mit 80 Portionen dabei. Es geht ja den ganzen Tag ums Essen, das heißt die Leute essen ja so auch ganz viel und man will ja nicht zu wenig haben und das reicht dann aus meiner Erfahrung und ich mach das jetzt schon 20 Jahre ganz bestimmt. Der Trend geht hin zu kleineren Torten, Sweet Tables und Candy Bars. Es schaut natürlich super aus, wenn man einen ganzen großen Tisch mit ganz viel verschiedenen Geschirr und Etatscheren herrichtet und drauf halt Cake Pops, Cupcakes oder kleine Kuchen am Stiel. Was auch ein Trend ist, ist individualisierte Sachen, zum Beispiel bedruckte Schokolade oder bedruckte Kekse. Der Anschnitt der Torte. Wer die Hand oben hat, hat auch in der Ehe das Sagen. Und ein Teil der Torte wird dann eingefroren. Es macht nicht mehr so viel, dass sie sich die Torte für den ersten Hochzeitstag aufheben, aber ganz viel bestellen sie einfach die gleiche Torte wie bei der Hochzeit als Mini-Version für den ersten Hochzeitstag. Und durch das, dass ja die Torten kleiner werden, bleibt ja dann nicht so einfach auch was übrig. Ein halbes bis dreiviertel Jahr vor der Hochzeit kommen Brautpaare zu den Konditermeistern. Dann gibt's ein süßes Probeessen. Skizzen werden erstellt und festgelegt, wie das süße Kunstwerk aussehen soll. Am Tag der Hochzeit wird sie dann angeliefert. Unfallfrei. Am Wochenende hilft mir halt meinem Mann, damit wir die Torte gemeinsam ausfahren, weil die sind ja auch schwer, weil oft sind ja die Torte drei-, vier- oder fünfstöckig. Und die kann ich ja dann alleine nicht reintragen. Und das ist immer so das Highlight. Erstens einmal das Fahren, da muss man so langsam fahren und alle hupen an und beschimpfen. Und wenn man halt einmal Vollbremsung machen müssen, dann ist die ganze Torte hinten in der Ladefläche auf der Rückwand geklebt. Und das Einzige, was man da machen kann, man kann einfach hoffen, dass man ein super Team hat und man muss dann durchrufen und die Leute zusammentrammeln und schauen, dass wir die Torte trotzdem in der gleichen Optik nochmal machen. Um die Hochzeitstorte von Herzogin Kate und Prinz William in den Buckingham Palace zu liefern, mussten die Tortenbäcker sogar eine Tür entfernen. Die war nämlich achtstöckig und einen Meter hoch.